Hallo und recht herzlich willkommen hier zurück bei GTA San Andreas bei der gejagten Frau wie sie verprügelt wird schon sehr makaber kannst du mal die junge Dame bitte in Ruhe lassen ich habe eine gute Tat getan freut mich auf jeden Fall dass du eingeschaltet hast in der letzten Folge haben wir ein paar Territorium eingenommen und jetzt müssen wir schauen ob wir diese Mission jetzt vollbringen können oder ob wir weitere Territorium einnehmen müssen ich bin gespannt ich hoffe ihr auch ich hasse alles und jeden aber ich habe gerade keine gute Laune also ballert besser nicht auf mich ja dann heißt es weitere Gebiete einnehmen ist die Frage wie viel wir kriegen denke ich mal auch keine Information dazu diesbezüglich alles auf gut Glück alles alles auf gut Glück so wollen wir mal einmal ich bin ein bisschen falsch ne geil egal gehen wir mal hier hoch Auto würde ich gar nicht so unbedingt nehmen weil eigentlich alles in greifbarer Nähe hier ist aber ja ähm wachst dich einmal mich zu hauen ne so jetzt wo sind die Gangmitglieder hier ist ein Teilgebiet schon ganz schön hässlich was das hier ist ne naja naja ballert ihr mal wir werden jetzt mal hier ein zwei drei Gebiete einnehmen und hoffen dass es das dann war guck mal hier ah ne die sind allerdings selbst wenn ich jetzt ich bring die auf mein Gebiet um ja war klar das bringt nämlich nichts ich muss die nämlich äh komm mal her ach galt das schon als mein Gebiet ne ne äh als deren Gebiet ah komm mal hier komm mal hier und juhu schön ein Mini-Gebiet eingenommen ähm man sieht sehr viel Slip okay easy ey das war eigentlich easy ohja ey das war Headshot du gehörst zwar nicht dazu aber trotzdem bist du da Money und viel Money abholen oh nein das kann nicht wahr sein nicht gut so ganz schnell oh wir sind noch nicht fertig so einmal Herz Schutzweste Schutzweste das ist in Ordnung aber wir haben ansonsten ein kleines Problem bisschen zurück kann nicht wahr sein komm mal her Kollege ah da ist das Herz sehr gut boah guck doch nicht ab komm mal her ich verstehe das nicht mehr du Arschloch auch oh nö nicht cool oh egal wir gehen mal weiter Schutzweste sehr schön so wir müssen jetzt hier Mitglieder auch eliminieren muss doch mal langsam gut sein äh wirklich greift mich an ihr habt nichts Problem mit mir so jetzt hier einmal nein ah da 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 so dann wieder so so ein kleines Kackgebiet nichts leichter als das ja ja juck dir kotz alles gar nicht ne so sehr schön drück mal hier aufheben auch mal die money oh je oh nö ach komm leck mich das war so schlecht von mir wieder das kann nicht wahr sein darf ich was ist da geil los Zeitlupe ähm gefällt mir gar nicht jetzt werde ich schon wieder abgeballert oh gib mir mal die knarre hör mal alles cool schau mal das ist nicht normal so so alles oh 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 er schießt er schießt er auf mich wie war sein okay das war gut und einmal hier das herz aufheben oh nein ja nicht cool das ist ähm ich hab's versucht ich wollte kurz mit wenig munition ein paar laber hier machen und es irgendwie hinkriegen das problem ist wir brauchen einfach zu schnell oh nein das exotiert gleich war klar ach man die Sache ist die ich werde jetzt mal folgendes tun oh ja wir hören money kommen wir hier hoch oh ja ich bin unrealistisch komm mal her schlechter scherz ich wollte doch nur am banken naja komm sterbe ich wieder ich hab keinen bock mehr ich muss auch mit der scheiße hätte ich das jetzt einmal vernünftig gemacht dann wäre jetzt alles cool gewesen aber wie ihr seht ein kleines schüsschen und alles ist verloren naja deswegen jetzt muss ich aufhören das bringt nämlich alles nix ich hab's versucht mit wenig mit wenig problemen da müsste jetzt mal kurz ein auto der explodiert das ist ein cop auto ah ich brauche einfach ein normales blödes fuck auto oh je ach komm leck mich das heißt ja einmal versuchen ich bin aufhören komm mal ich bin aufhören ich bin aufhören scheinbar weil unser viertel angegriffen wird kann ich kein gebiet jetzt einnehmen ist dein ernst ja okay guck mal dann machen wir folgendes wir lassen es mal das kriegen wir schon hin ich nehme mir jetzt äh hier den wagen hier die familienkutsche nehme ich mir einmal er ist ein bisschen kompliziert gemacht alles klar egal fahren wir jetzt noch kurz zum viertel was eingenommen wird so kriegen wir wieder Waffen und Schutzweste dann haben wir wieder gute Karten das Problem ist aber dass ich eigentlich eine M4 brauche weil mit der kann man gar ich weiß nicht wie die AK sich verhält bin ich jetzt ehrlich alles klar okay kurz kann nicht wahr sein ach ganz ehrlich kann nicht wahr sein ich muss irgendwie an die Wa- äh ach ich hab's geschafft bitte Muni Muni okay und wir halten aber leider keine Schussweste dafür nicht stark genug schade alles gut ihr schießt ich laufe mal ganz kurz hier lang so jetzt ja das ist halt die Sache hier rüber rennen kann nicht wahr sein halt doch einfach die Fresse ach nö okay jetzt hab ich ein großes Problem gut ich muss an das Herz kommen ich bin nämlich so gut wie tot okay kurz rennen keine Pistole mehr das kann ich dein Ernst sein die Maschinenpistole ist so rotzene kauf doch mal also die eine Folge war wirklich gut die zwei Folgen sogar aber diese Folge hier ne auch beides sogar ja ja weil das brauche ich ja sehr schön ja okay 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 so AK komm damit machen wir es jetzt aber ziemlich one shot so guck mal jetzt haben wir schon wieder ne ganz andere Position jetzt haben wir wieder Schutzweste auch ne AK ganz anders aufgestellt okay jetzt sind wir hier mal kurz die Money weil die brauchen wir und schnell das hier haben wir hinbekommen ohne extrem viel Geld auszugeben so dann gucken wir einmal nochmal hier wohl ich würde mal sagen ganz ehrlich wo ist unser Anwesen hier wir gehen mal zu Sweet wir gucken mal das muss es doch jetzt gewesen sein oder da sollen wir nochmal hier einmal hier gucken äh ist dich besser kann ich auf mich schießen alles easy cool das kann nicht wahr sein ne wie viel wir brauchen ich hab ja auch ordentlich gefettfingert ne sind lange nicht gelaufen ne aber vieles gehört mittlerweile wieder uns wirklich nicht einfach also ich war gut aufgestellt aber da hatte ich dann scheiße gebaut keine Ahnung da hab ich bisschen geschlafen und dann ja mit keinen Waffen sich so zurück zu kämpfen ich wollte nicht die Muni dir ausgeben und alles hatte ich gar keinen Bock drauf daher bitte ach komm das ist ein Fluch ich muss mal okay ihr wollt's wissen das kann nicht wahr sein jetzt werden hier Territorium eingenommen warte 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 unter welche nein aber hier so und wo kommt ihr müssen uns jetzt gut aufstellen da sehr gut ganz ehrlich die m4 mag ich lieber schnell Muni aufheben es sollt auch kein problem naja komm mal her macht sogar spaß ne darf mir keinen spaß machen es macht wirklich spaß also die tutorial jetzt kann ich schon wieder nicht reden die ganzen gebiete einzunehmen macht schon laune genau komm her schön so ist unsers aber erst mal her so so sehr schön weiter geht's jetzt gucken wir mal jetzt nehmen wir das hier ein und jetzt nur einmal da sind die kollegen oh ja ich brauche euch danke dir so sehr nett sehr schuld so das gebiet nehmen wir ein genau steig mal auf dein motorrad richtig verzweiflungstat von den kollegen erste welle überstanden moni mitnehmen moni mitnehmen ist schön wenn die ein ein haufen sind da wirst du eigentlich immer den richtigen wenn du dich duckst bist du selber schuld schnell hinrennen moni aufheben schutzweste nehme ich noch nicht gut er hat nämlich fast getroffen ich sag ja wenn du drauf hältst ne ist das echt verloren so auch einmal das vierte gehört uns wow das war nicht nett ja die Sache ist wie viel müssen wir noch unser Viertel wird angegriffen auch komm schon ich denke trotzdem ja ich gehe jetzt da hin kann leider nicht rein ich verteidige jetzt kurz das Viertel und dann ganz ehrlich ach Oma du rennst auch das Lila an nicht cool ja ja bevor ich hier jetzt nichts tue komm her Kollegen so Kanon Futter so verteidigt alles gut Leider keine Schutzweste alles klar aber wir werden jetzt mal folgendes tun reicht das denn jetzt langsamer ich denke ich denke ich muss trotzdem mal speichern ich hätte auch ein Auto nehmen sollen ne schrecklich ich weiß nicht warum der Mannschaft so eine Spastik hat und nicht läuft keine Ahnung jetzt oh nein ich komme jetzt nicht ist ich dein ernst ich komme jetzt hier nicht hoch ach komm ach das ist nicht dein ernst really ich komme jetzt hier nicht hoch ah okay Gott sei Dank kam ich jetzt hier hoch so dann gucken wir mal ob wir jetzt Sweet machen können ist halt die Frage ob das ein angezeigt worden wäre wird ob es reicht oder ob man einfach wirklich testen muss das ist auch eine gute Frage wenn wir jetzt herausfinden erstmal erstmal speichern das muss sein also nochmal so fett fingern nee danke äh homecoming einfach überschreiben alles gut dann gehen wir nochmal raus jetzt gucken wir mal können wir die mission machen machen wir die mission wenn nicht machen wir noch ein zwei gebiete ich hasse alles und jeden außer euch er will sterben es kann doch nicht wahr sein wie viel müssen wir hier ein nehmen man wo seid ihr bis köpfe durch töten machen wir so ein großes gebiet etwas aussagekräftiges ach ne wo seid ihr denn das ist auch wieder ah ne ich kau ja nicht durch ist aber wirklich ich habe auch hier kein Glück wir werden jetzt einfach nochmal zwei gebiete versuchen einzunehmen guck mal hier bitte ja da sind welche wir säubern mal hier oben so erstmal ab und ab jetzt fehlt uns aber noch einer verdammt nicht gut da unten so jetzt haben wir Bandenkrieg angezettelt dann gehen wir kurz auf den Bürgersteig gucken wo die spawnen alle hier so komm Kanonfutter ist aber nett dass ihr so schnell hier hinkommt du hast Glück gehen wir mal Richtung Herz ist hinter uns einer ne ok so die Welle war auch easy und alle ja ist auch kein Problem ver verstehe ich jetzt nicht wirklich nicht weil warum greifen die mich an eigentlich nur was gutes tue halt die Klappe ich laufe jetzt trotzdem einmal noch mal hier nach oben ich will nur ein Gebiet einnehmen nein wie viel Leben der weg zieht ne ist unglaublich ganz schnell das kann nicht wahr sein da 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 kann nicht wahr sein aber mache ich schon nur was gutes ich habe ein Problem ich habe einen Stern ich schießen habe ich verloren wie zu viele Cops wow so einmal kurz hier ok ok bitte wird angegriffen sehr gut ach nö scheiße ich mache jetzt mal folgendes wir haben nicht viel Leben aber wir tricksen das mal kurz aus oh ne können wir nicht austricksen kriegen wir schon ausgetrickst machen wir so mal sind nicht so viele bei der Welle nur noch zwei eins ok ganz schnell zum herz es war hier irgendwo och nein da war so ein wunderschöner Gegner das kann nicht wahr sein ok flavor so gut ich würde mich jetzt von der folge verabschieden diese folge war ein bisschen katastrophal passiert muss man mal gesehen haben ist wirklich nicht so einfach wenn du einmal den fahnen verloren hast wie ich gerade hast du echt probleme so eine scheiße ich hasse euch dann hallo das ist wie tecken einfach drauf halten dass man sich nicht bewegen kann ok ich lauf davon ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten mal euer oh 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 oh